In diesem H5P-Tutorial zeige ich dir den Aufgabentypen Interaktive Präsentation. Erstelle ein neues H5P und wähle den Inhaltstyp Interaktive Präsentation oder Course Presentation. Wähle zuerst einen Titel für deine interaktive Präsentation. Dieser Titel dient auch als Überschrift und Dateiname. Klicke auf Metadaten, wenn du weitere Informationen eingeben möchtest. Bei einer interaktiven Präsentation können Texte, Bilder, Videos und verschiedene Übungen eingebaut werden. Diese Aktivitäten werden auf verschiedene Folien verteilt, vergleichbar mit PowerPoint. Rechts unten kannst du weitere Folien hinzufügen, Folien duplizieren, den Folienhintergrund verändern, Folien verschieben oder löschen. Links kannst du, wenn du möchtest, den Folien einen Titel geben. Klicke dazu auf den Stift. Bei interaktiven Präsentationen kannst du sehr viele verschiedene Dinge einfügen. Dazu gehören Texte, Links, Bilder, Formen, Videos, Audiodateien, Lückentexte, Multiple- und Single-Choice-Fragen, Wahr- oder Falschfragen, Drag-and-Drop-Aufgaben, Zusammenfassungen, Wörter markieren, Übungen, interaktive Videos, Tabellen und Karteikarten. Zu einigen dieser Anwendungen findest du hier einige H5P-Tutorials. Außerdem ist es möglich, bereits erstellte Aktivitäten zu kopieren und einzufügen. Auf der ersten Seite macht es Sinn, mit einer Titelfolie zu starten. Wähle dazu das Textwerkzeug. Gib den Text in das Feld ein. Es stehen auch einige Formatierungsoptionen zur Verfügung. Bestätige mit dem Haken oder klicke auf Fertig. Dieses Textfeld kannst du jetzt noch verschieben, noch einmal bearbeiten, kopieren, vor- oder hinter andere Elemente setzen oder löschen. Außerdem kannst du die Größe anpassen. Klicke anschließend auf Neue Folie. Füge auf der zweiten Folie ein Erklärvideo ein. Klicke dazu auf das passende Symbol. Gib ein Titel für das Video ein und wähle eine Videoquelle. Es können gespeicherte Videos oder von YouTube verlinkte Videos verwendet werden. Auch die Größe und die Platzierung des Videos kann anschließend bearbeitet werden. Oft macht es Sinn, für Videos die ganze Größe der Folie auszunutzen. Lege dann eine weitere Folie an. Interaktive Präsentationen eignen sich gut dazu, Bilder oder Audio-Files einzufügen. Klicke dazu auf das passende Symbol. Gehe auf Hinzufügen und wähle ein Bild. Bei den Metadaten kannst du die Copyright-Rechte des Bildes einfügen. Das Bild kann noch zugeschnitten oder gedreht werden. Schiebe das Bild an den richtigen Ort, wähle eine passende Größe und gib eine passende Überschrift ein. Ergänze zu dieser Landkarte eine Drag-and-Drop-Übung mit Text. Wähle das Symbol mit den drei Punkten, um alle möglichen Aktivitäten anzuzeigen. Klicke dann auf die passende Aktivität. Aufgabenformate bei interaktiven Präsentationen funktionieren meistens gleich wie die einzelnen H5P-Tools. Zu den meisten Aktivitäten gibt es hier eigene Erklärvideos. Der Titel ist wichtig, denn er wird bei der letzten Folie angezeigt, wo die erreichten Punkte von allen Übungen zusammengefasst werden. Ziehe die Übung noch an einen passenden Ort und passe die Größe an. So sieht diese Kursfolie dann aus. Erstelle noch eine neue Folie. Bei diesem Beispiel möchte ich dir zeigen, wie man ein schon vorhandenes Quiz in eine interaktive Präsentation kopiert. Ich habe Single-Choice-Fragen als eigene H5P-Aktivität erstellt. Klicke auf Kopieren. Bei der interaktiven Präsentation gibt es ein Symbol für Einfügen. Beim Klick auf dieses Symbol wird die kopierte Aktivität eingefügt. Passe noch die Größe an und füge eine Überschrift ein. So sieht dieses H5P für die Lernenden aus. Ein großer Vorteil einer interaktiven Präsentation ist die immer gleiche Größe, wodurch auf den unterschiedlichsten Bildschirmen meistens kein Scrollen notwendig ist. Auf der letzten Folie wird die jeweils erreichte Punktezahl angezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.